Hier landet ein bisschen ab. Jetzt bin ich wieder da. Lange Pause hab ich gehabt. Ich hatte nebenbei ja noch Schule, ne? Hätte ich fest, ich hab nebenbei noch Schule. Und ich war letzte Woche ja krank, weil ich dann unverlässlich auch ein Video mache und jetzt mache ich halt wieder eins. Und wir spielen heute Broken Bones. Nein, die schwache Nerven haben, bitte schaut das nicht an, weil das ist nicht so schwache Nerven. Aber, den Wein. So, wenn ich weiß, ob es also geht, muss ich hier so viele Knochen wie möglich presche. So kriegt man dann halt Kohle. Oh, ja. Oh mein Gott, bitte. Ist sehr schlimm. Sehr blöd. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und schöner Kopffchlag. Schön. Ich bin, Aua. Oh, oh. Ich Прину, Fuck. Ich bin echt krank, wenn es zu schass Klack! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Panetenkiller, geht's dir doch gut? Panetenkiller, geht's dir gut? Und ich geb dir... Ehhh... 500 noch... 5000 noch was... Ja, ich bin ein bisschen müde noch... Oh mein Gott! Oh... Oh... Genau gegen den Baum, Alter! Volle Wucht! Oh, so weh! Mhh... Das wäre ganz einfach so unangenehm Also wie gesagt, das ist nur ne Figur Und es wird keinen Schmerz Die ist doch fiskuliert Hat dort kleine Kinder gedrucken Bitte weggucken Weil es ist schon ein bisschen schmerzhaft Für mich Ja... Ich werde sicher nicht das Video veröffentliche, aber... Aber... Es wird... ...123 Junge, ich bin fast schon tot! Es... ...es... ...es... ...es eine der Töpfe... ...eine der Töpfe... ...eine drückt echt durch den Boden Oh mein Gott! Junge! Wie gesagt, das ist die Figur und die wurde dafür durchtrainiert. Die kriegt keine Schmerzen. Ist schon. Entschuldigung. Klatsch. Ich brauch nur Geld, Leute. Ich brauch nur Geld. Ich brauch nur Geld. Ich mach ne schöne Probe. Pass auf! Äh. Water Change Map. Acht. 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 Ich hab nicht mehr zu reden, aber... Flot Goal. Kann aber was das heißen soll. Oh. Oh. Das Blut ausstellen. Oh. 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 Niinin. Eih. Mit dem Grab dieren lernen. 그랬. Entschuldigung. T trutes affected.. und wir machen gleich ab und sehen wir uns danach wieder so, darüber rede und wir spielen jetzt die 7-Magnetsimulator weil ich hatte es heute, dass wir auf die Knochen brechen und ja ich mach das wieder so auf 11 Minuten, weil äh, geploading äh, ja, ich hab ein paar Haustiere von ihr wisst schon mehr bekommen äh warte Pfote so, da sind ja die anderen warte, ich bin dumm na, wo ist es wo ist es also wuuu das haust sich so OP, Alter das euch AC Unboxing Come on Ui 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 ich hab das Gefühl Das Spiel zockt euch ab So 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 Rekomponente er hat ein Pfeuer egal sonst auch wieder muss einkaufen und zwar die Manni haben wenn wir uns das lange warten irgendetwas sagt er ist ja nicht gut deutsch auch egal ich komme da nicht rein ich bin nicht so ein Teufel ich bin ein Huhn zum Essen der Kompadre das war's das Video gefallen wir sehen uns dann nächste Woche wieder was gut und tschüss Leute